Trauermücken sind super lästig und damit die gar nicht erst kommen, am besten deine Erde vorher im Backofen erhitzen. Und was ich gerne auch mache, ist Sand verteilen. Der Sand hat nämlich eine raue Oberflächenstruktur und das mögen die Trauermücken nicht. Außerdem arbeite ich mit Gelbtafeln und du kannst Nuskatnuss auf der Erde verteilen. Das mögen Trauermücken nämlich gar nicht.